Steht unsere Verabredung heute Abend noch? Liebst du mich noch? Ich liebe dich. Ich versuch vor ihr zu Hause zu sein, ich will sie überraschen. Nick Bean kommt nach Hause. Zum richtigen Ort. Aber zur falschen Zeit. Schlimmer konnte es eigentlich nicht mehr kommen. Hör gut zu, das ist ne Kanone. Autoschlüssel, Brieftasche, sofort. Hallo, Kuckuck, ich spreche gerade mit dir. Mann, du hast den falschen Kerl am falschen Tag erwischt. Du pass auf, man, da vorne kommt ein Laster. Wenn du mich nach Hause fährst, vergesse ich die Sache mit der Entführung. Komm hier, was ist, was ist, hm? Oh! Du hast sie nicht alle. Ganz klar, du hast ein Frauenproblem. Pack das Geld in die Tasche! Du wolltest doch nicht etwa ohne mich abhauen. Du gibst das Geld zurück. Ah, endlich! Ich fahr nirgendwo hin, bevor du das Geld... ...und los geht's. Ich will so nicht sterben. Du solltest dich jetzt nicht allzu viel bewegen. Ruf nen Krankenwagen. Und wenn ihr die Typen vergessen, die trage. Ich zähle bis drei. Eins. Hör die Tür nicht an. Zwei. Willst du etwa schon bei zwei? Drei. Nicht loslassen. Ich hab's. Gut gemacht, Kumpel. Nichts zu verlieren. Was hast du dir dabei gedacht? Erst maus ist um halb drei nach Hause zu kommen. Mama. Und widersprich mir nicht. Du solltest deiner Mutter nicht widersprechen. Die haben sie gekriegt, weil sie dabei war. Ja. Schauten, Leute. Schauten. habitual chalk. $4.